Wenn man verliebt ist, beginnt man immer damit, sich selbst zu täuschen und endet immer damit, andere zu täuschen. So nennt die Welt Romantik. Das sagte Oscar Wilde. Tolga. Ekin. Wir haben uns unter 15 Millionen Menschen gefunden, aber in einem Haus verloren. Er hat ein Problem, da bin ich mir sicher. Aber er redet nicht mit mir. Nichts an diesem Set hier ist echt! Seht her! Hast du Ekin davon erzählt? Was solltest du tun? Sie ist eine kluge Frau. Oft können wir uns unseren engsten Vertrauten nicht öffnen, aber dann treffen wir jemanden, den wir überhaupt nicht kennen und erzählen ihm alles. Ich habe dich gesehen, Tolga. Was auch immer du vor der Welt verbirgst und niemandem sagen kannst, ich habe dich gehört. Ich möchte wissen, wer die Frau ist, die mich so gut versteht. Wenn er in Gesicht will, dann gebe ich ihm eins. Wie heißt du denn? Sinem. Das Leben liebt die mutigen Sinem. Glaubst du, du kannst das? Er vertraut sich nicht mir an, sondern Berlin, verstehst du? Warum kannst du den Typen nicht loslassen? Die Menschen sehen mich für gewöhnlich nicht. Ich sehe dich aber. Woher weiß man, wann eine Liebe zu Ende ist? Wie kann man sich sicher sein, dass es an der Zeit ist, zu gehen? Ich sehe dich aber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017